Wir wollen alle unsere Playback-Lieder versuchen, so weit wie möglich an unseren Instrumenten zu spielen, denn das macht uns aus, wie Sie später sehen werden. Also bleiben Sie bitte noch zum zweiten Set. Sie hören als nächstes Buenos Dias, was nicht ganz so zum Wetter auch passt, denn es geht um schöne Tage. Sie hören als nächstes Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das ist ganz lustig, wie ich dazu kam, mit Spectacular 5 zu arbeiten. Ich war bei einem Freund, der Instrumente repariert, und da war der Marco Licht und hat erzählt, ja, er hat gerade so eine Band und er braucht Songs und ich sage, das ist ja witzig, ich schreibe Songs. Und so haben wir uns getroffen und so hat unsere Zusammenarbeit angefangen und ich habe den Song Lost in Emotions geschrieben, die Spectacular 5 ganz schön interpretieren und ich bin sehr froh, wie sie das machen. Lost in Emotions, gab es den Song von Ihnen komponiert schon, bevor Sie die Band kannten, oder haben Sie sie auf die Band komponiert? Nein, das haben wir rein auf die Band komponiert. Der Marco Licht hat den Text gemacht und ich habe dann die Musik geschrieben, wobei ich mir vorgestellt habe, wie das mit den Vocals von den Mädels geht. Und das ist ganz speziell für das Spectacular 5 geschrieben worden. Das ist natürlich ganz schön zu sehen, wie diese talentierten jungen Mädels da auf der Bühne diesen Song rüberbringen. Also das rührt mich schon, das geht schon ans Herz, das ist sehr schön. Ich hoffe, dass wir noch viel zusammenarbeiten und dass Spectacular 5 den Erfolg hat, den sie verdienen. Und das ist hier, gerade jetzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.